Ja, Leute, es geht weiter in Vanilledom 1. Yeah! Okay, dieses Level kenne ich auch noch auswendig. Hier gab es irgendwas... Ähm, warte, gab es nicht hier... Hier gab es doch irgendeinen Schlüssel oder so. Den hätte ich echt gut gebrochen können, aber nein, ich bin so dämlich und mache das auch noch kaputt. Ach, Joshi, komm her. Joshi, komm her. Okay, komm wieder zurück. Okay, jetzt abfangen. Jetzt esse ich alles auf, was eben am Hehl kommt. So. Ach. Hier hätte ich das gebrochen können. Verdammt. Warte, kann man den nicht benutzen? Ach, kann man nicht. Ich spuck nur wieder Feuer, okay. Warte mal, warte mal. Hier gab es doch irgendwas. Ja, das war das hier. Ich muss mal, ich muss um mein Leben ziehen. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass diese Viecher auf dem Boden da waren. Gab es denn diese Chuckies, die irgendwie was rumgeballert haben? Okay, so. Meins. Meins. Und das auch meins. Und das ganz gefällig auch noch meins. Und das auch noch meins. Dankeschön. Momentan läuft das sehr gut. Obwohl ich den, äh, das Fick in den Feder mehr mag. Okay, so. Ähm. Ach, willst du mich verarschen? So. Dankeschön. 16. Sehr, sehr gut. Okay. Jetzt kommen wir da hin. Da hole ich euch jetzt auch die pinken Schalter. Fisch, der nicht im Wasser ist. Und so. So, dankeschön. Warte, wie kann man die, wie kann man zu den, wie kann man zu den grünen, äh, rosa Schalter denn? Verdammt, ich muss mal Joshi, ich muss mal Joshi in Ruhe lassen. Verdammt, ich hätte ihn gern mitgenommen. Aber wartet. Okay, weiter geht's. Und, so. Weg mit euch. Wie listig ist, ach, hier gab es, ich weiß jetzt wieder. Okay, ich weiß jetzt wieder ganz genau, wo da, wo da Drecksschlüssel war. Ach, du heilige Kacke. Ich muss das Ganze, komm her, komm her. Okay, jetzt hier. Den ich nicht gebrauchen kann. So, weiter, weiter. Du elinder Bastard. Und so. Und so, so, so. Komm nicht noch ein Shaki hierher? Warte, wie kann man? Warte mal, da gab es doch irgendeine Möglichkeit, wie man da hochkam. Oder bin ich mir das jetzt nur ein? Warte, da gab es doch eine Möglichkeit. Schattendoppelgänger, okay. Warte mal, wie kam man an... Irgendwie kam man nach oben. Warte, wie? Irgendwie kam man nach oben. Das weiß ich doch noch. Man kam da nach oben. Warte, wieso habe ich mal ein Joshi noch? Ich dachte, ich habe ihn abgestoßen. Okay, anscheinend wollte er wieder zurück. Kann man ja nicht verübeln. Ein Klempner und ein Sintino. So, ey. So, dankeschön. So, abstoßen. Jetzt kriegt man Joshi auch wieder zurück. Das ist gut. Und so. Warte, hier gab es eine Möglichkeit. Hier gab es eine verdammte Möglichkeit. Das weiß ich doch. Okay, das Leben habe ich total vergesst, dass man da bekommen kann. Warte, wie kam man nach oben? Oh, das war knapp. Warte mal. Hier gab es doch... Achso, so. Okay, jetzt habe ich das auch. Machen wir einen Platz. Dankeschön. Jetzt kriege ich... Warte. Warte. Ach, kack. Ich wollte das nicht. Okay, ich muss das jetzt mitnehmen. Chucky hochgenommen. Okay, ich nehme es trotzdem mit. Und so. Und so. Und hier rein. Ach, komm. Ganz simple Sache hier. Einfach ganz simpel runtergehen. Und den Fischchen nehmen wir auch mit. Dankeschön. Jetzt haben wir den rosa Palast. Let's go. Oh, nein. Mach einfach so. Ein Leben dazu. 32 Leben. Den, 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 den. Den, 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 den. Ah. Schalterpalast. Der schaltet den du... Ja, das brauche ich ja nicht zu... Wieso ist der jetzt rot? Liegt bestimmt an der Gameboy rum. Rote Kisten fliegen rum. Rotschalterpalast. Speichern weiter. Jetzt können wir auch hier weiter. Let's go. Let's go. Komm. Den, 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 den. Ach, hier... Ach, Kacke. So, so. Mach einfach das mal so. Und so hat mir das auch geschnappt. Und so. Und rein. Ach, das sind die Skills eines Kauschians. Aber richtig. Männer-Skills, oder, Leute? Oder, Leute? Okay, da gibt's auch ein Sterntor. Das weiß ich. Ich hätte gern einen lila Kuppa, oder so. Du bist weg. Weg vom Fenster. So, weg mit dir. Warte mal. Was gab's denn hier? Ich wusste es doch, dass es irgendwo ein Blatt geben muss. Äh, meine, eine Feder. Okay, jetzt ziehe ich um mein Leben. Und so. Ähm, okay. Ich muss mal Joshi hier zurücklassen. Schade, schade. Du warst ein treuer... Treuer Gefährte. Ein sehr treuer. Okay, hier. Warte, wo war der verfickte... Hier gab's irgendeinen verfickten... Geimgang. Ach, da. Denn, denn... Okay, da komm ich so hin. Oh, komm Wieso stelle ich mich so dämlich an? Ähm Okay, so komme ich wieder zurück Willst du mich verarschen? Ach du Heilige Kacke Ich bin so dämlich Wenn ich jetzt wieder runtergefallen wäre Boah Das hätte Rambazamba gegeben, aber richtig Oh Ey, Leute Boah, das ist so Ich habe eine Idee Okay Okay, geschafft Jetzt hier rein Jetzt kommen wir zum Geheimausgang Und 22 Okay, das ist aber auch ganz simpel Jetzt kommen wir so zum Stern Jetzt mal dahin Let's go Mein armer Joshi ist weg Ach Kacke So Und so Willst du mich Dankeschön, dass du mal hochsprings Und so Jetzt hoch mit mir Den bis jetzt habe ich getötet Den brauche ich nicht Und hoch mit mir Hier gab es irgendwo ein Ja, ich wusste es doch Okay, das ist hier richtig Okay, so komme ich weiter Das war dämlich von mir Sehr, sehr dämlich Oder Eher nicht, glaube ich Muss ich das hier mitnehmen Oder was So 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 Und so Und so Und raus Oder Und 18 Okay, das geht auch schon sehr schnell Okay, jetzt komm So Ich kriege insgesamt drei Vier Eins, zwei, drei Wieso komme ich auf drei Bin ich dämlich Verdammt Wartet Ach, zwölf Minuten Komm, es geht weiter Vanille Ritzer Zwei Oh nein Gab es nicht hier irgendwo Hier gibt es doch bestimmt An Lilian und Kupa Komm Oh, jetzt fliege ich Jetzt fliege ich einfach weg Ach, komm Ähm, ja Verdammt Egal Jetzt schlitze ich euch alle Nicht aus Okay Okay Hier haben wir wenigstens gespeichert Okay Wieder größer Warte War da nicht ein Irgendwo ein Geheimgang Oder so Verdammt Jetzt wird's Jetzt wird's Jetzt wird das brutal Wie bin ich da Oh, scheiße Verdammt Meins So, zwei Leben Jetzt komm So, geschafft Und Ein Pilz Groß geworden Sehr, sehr gut 42 Leben Übertreib Übertreib doch Ach, wartet